Hast du dich erkältet? Nein, mir kürzt es einfach nicht gut. Allein schaffe ich das nicht. Musst du ja auch nicht. Ich bin ja nicht die Einzige, die den Traktor fahren kann. Aber Anne fährt morgen wieder. Komm, bleib doch einfach noch ein bisschen länger. Anne! Was ist denn jetzt wieder los? Sag mal, weißt du, was sie hat? Was ist denn jetzt? I would like to go with my boss on a hiking tour. You see, my boss, he's an excited mountaineer. We'd climb higher and higher and reach the top, way below the glacier. And then I'd push him. There. Off he falls, screaming out my name, but I think we're done screaming out my name. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.